Au, au, au. Ach du heilige Scheiße, sind das Vaniacs und die Furcht? Ich bin erledigt. Ach du Schande. Ich bin sowas von erledigt. Bam. Los. Bam. Angreifen. Angreifen. Reiner rüstet sich um. Angreifen. Und angreifen. Und starten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab so eine Angst. Und was macht Trier dort schon wieder? Egal. Runde starten. Bam. Ah. Zum Glück alles daneben. Daneben. Sierra ist in Panik. Und es wird immer lustiger. Hä, 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 hä. So. Wedens ein Erfolg. Meld das. Zaubert. Feuerball. Auf den. Oh ja, ohne starten. Tom ist vergiftet. Ich bin sowas von erledigt. BAM. 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 Alles klar. Irgendwie muss ich das überleben. Reiner? Will ich das? Ach, was soll's? Runde starten. BAM. Ah, ju. Tom greift an. Reiner greift an. Meld das müsste noch einen Feuerball haben, oder? Mensch. Ja, einen noch. Hö, hö, hö. Hö, hö. 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 Und drin nimmt Schaden und... Oh Gott, schön. Warum? Jetzt kräft mir das an. Oh je. Jetzt bin ich endgültig erledigt. Ja. Okay, ich kann noch einmal was machen. Meld das. Nimmt Tränke. Und spamt Feuerbälle. Und Reiner bewegt sich. BAM. Hey, der haut ab. Wie nett. Und Reiner bewegt sich. Runde starten. BAM. BAM. Ja, sehr gut. Hau ab. Hau ab. Und das waren nicht die Letzten. Okay, muss schauen, dass ich abhau. Ich muss abhauen. Ich muss abhauen. Ich muss abhauen. Boah, ist das böse dort unten. Kann ich rasten? Du sagst mir, ich kann rasten. Ja. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Rasten. Gehen Gift trinken. Heilzauber zaubern. Ja. Und natürlich das Spiel speichern. Denn sonst hätte ich ein Problem. Ich weiß, ich speichern lässt das halt ganz schön oft, aber anders würde ich wahrscheinlich alle fünften sterben oder sowas. Okay, ich habe zweimal die Furcht und ich habe Warniax. Was soll mich zuerst töten? Die Warniax. Runde starten. Das ist schon mal ein guter Anfang. Das ist schon mal ein guter Anfang. Das ist schon mal ein guter Anfang. Das ist nicht so gut. 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 so das kann es dann wieder lassen nichts tun geht ihr daneben sonst so und das bekommt trainer was ab angreifen angreifen ne und starten renner ist bewusstlos hab ich das gerade richtig gelesen renner ist so gewohnt wie nutzlos ist das denn ok Tom hinterher und besiegt 77 erfahrungspunkte mal das hat stufe 9 erreicht und zu spät meh was ist das ein spaß ok 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 plan b ganz viele violette tränke und noch ein paar rote tränke ich habe das gefühl dass das der endkampf bald sein müsste von dem abschnitt party vorrücken frost splitter angreifen feuerball und beten bam Tom am Boden jetzt habe ich zwei mal gegen zwei solche Dämonen ich bin am Arsch genau Tror du hältst den auf gute Taktik bam bam Meldes hat den Zauber nur teilweise abfällt werden können ich bin am Arsch ok ich hau jetzt alles raus was ich hab Sierra hat den Zauber nur teilweise abwehren können Sierra ist panisch nun denn ich kann nur noch hoffen dass der kampf abgebrochen wurde gedänzt ok das war ein noch blöderes Ergebnis als ich gedacht hätte Gott ok das ist wichtig Sierra wieder heilen und Melters wieder magisch aufladen so ok zweiter Anlauf was für das haha party vorrücken Tom greift an magieren wenden einfrieren bau und Eis jessa und wenn das hier auf Meldes geht bin ich am Arsch Frostsplitter tröse in Panik tröse in Panik tröse in Panik das geht noch und einfrieren bau letzter Zug besiegt yes Runa Runa Stufe 11 erreicht je Runa benutzt eine Fackel spiel speichern ganz wichtig das war das Gemetzel wir haben eine Tür so ah ok ja ich habe gerade gespeichert ich will mir das jetzt nicht mehr antun ich lese alles das nächste Mal vor ich bin gar nur 2,3 und 4 man sieht ich habe den Dungeon geschafft das nächste Mal story tschüss v w w w w w w w Vielen Dank.